Hallo, ich bin Noah. Ich mache Lehre als Automatiker bei der Heusler AG. Komm, ich nehme dich mit in meinen Alltag als Automatiker. Die Heusler AG ist ein weltweit tätiges Familieunternehmen. Wir stellen Biegmaschinen in allen Grössen her. In der Lehre als Automatiker mache ich den Schallschrankbau, dann mit der Maschine von Kabeln und zum Schluss auch noch im Betrieb nehmen. Programmieren ist aber auch noch ein wichtiger Bestandteil unserer Lehre. Durch das, dass meine Lehre als Automatiker nicht nur aus den Kabeln besteht, sondern auch aus dem Betrieb nehmen, ist sie filmfertig und macht somit jeden Morgen wieder Spass zu arbeiten. Durch das, was ich beim Heusler schon früher habe, verantwortlich übernehmen und mit vielen Abteilungen zu tun habe, ist auch der Teamzusammenhalt extrem gut geworden. Ich lehre als Automatiker. Du musst ein gutes technisches Verständnis mitbringen, sowie auch teamfähig sein. Aber das Wichtige ist auch, dass du motiviert und genau arbeiten kannst. Ich hoffe, ich habe das Interesse wegnehmen können. Wenn ja, dann bewirb dich doch bei der Heusler AG, denn mit uns kannst du Grosses erschaffen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.